so willkommen zurück zu conan exiles letzten folge hatten wir noch mal ein bisschen platz gemacht die steine mit scheiß drauf menschen vielleicht natürlich auch hessen kurz was das gebäude hier auf der linken seite hat mich schon angeschaut jetzt wollen wir das genau vor uns das kleinere objekt anschauen ist da vielleicht irgendwelche tollen sachen können jetzt kurz flöten schützen soll der scheiß eigentlich nicht vor euch alle darum zu bringen erst mal alles mitnehmen oh gott auch wenn ich jetzt noch sagen den spring runter spring runter spring runter scheiße das sind die krassen mit den langen stücken ich kann echt gut kämpfen auf lauf lauf regenerieren oh gott klopfen wir auseinander hier die kollegen fleisch ran ab dann hoch blöder bogenschütze hoch 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 wo ist die andere kollge Meter hin hoch 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 Abdul Hogi Poki? Hogi Poki? So Kershin Was soll der Scheiß Dann skinnen wir euch nur Die Droh hatte ich jetzt noch nicht gehabt Auch nichts weiter Hier war weniger wie gedacht Hier gehts ja auch noch hoch Nein das ist das gleiche Gleiches Gebäude Ok schön menschenfleisch hier auch das wollte ich das war es dann wohl für dich damit hatten wir den auftrag eine kugel werfen auch erledigt gehabt gerade die kugel geworfen hatte gucken wir noch mal alles voll aus das An... irgendwas anderes. 100 Steine. Diese Pfeiler... 27, 83. 80. Ritter... 100. 77... Menschenfleisch... Knochen... Glasfleisch... Herbessersatz... Gereinigtes Wasser... Hohe Asche... Erstmal in die nächste Kiste... Das noch aus... Das noch aus... Steine... Kohle... Sonst noch irgendwas doppelt... Feuerwasser... Eisen... So, ein Fell hatten wir jetzt nicht gelootet... Hanz... Erfell... Felfell... Nö... Gute... Nächste Tor... Steine... 26... Tierhäute... Glasflasche... Eisenpfeiler... Steinpfeiler... Äh... Steinpfeiler... Äste... Möö... Haben wir auch nicht... Holz... Pfeiler... Hier hatten wir Pfeiler... Zack... Weiß... Glasflasche... 30 getrocknete Beeren... Oh... Die sind lang... Halbbar... Gereinigtes... Wasser... Ziegel... Gerdeter Ziegel... Wer hat denn hier aus... Pfeiler... Was fliegt... So... Trockens Holz... Steine... Gut... Dann lassen wir das... Erstmal so... Sich irgendwas wieder reparieren... 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 Mehr Tierhaut benötigt... Okay... Dann machen wir das... Reparieren... Später... Dann essen wir jetzt... Erstmal was... Joggen runter... Und dann... Gucken wir auf... Diese... Komische Insel da... Lassen die jetzt mal... Mit Frieden hier... Dieter auch... Es ist gerade keine Insel... Das ist... Schiff... Was... Auf die Felsen... Da getrieben wurde... Krasser... Sturm... Warum... gewesen... Sie... Wovon... Jetzt einmal... Hier... Heute... Mit... Der haut ab... Gott mein Schwert geht langsam kaputt Du hast etwas entdeckt Wie bitte? Was sagst du? Zuchtmeister? Wie bitte? Was züchtet denn ihr? Alles nehmen Fleisch essen Jetzt erstmal hier links lang Oh Gott ist das groß hier So k.o. würde ich sagen Gibt es hier noch etwas? Nein Dann würde ich sagen Rechte Zeit um eine kleine Warte zu machen Tschüss und tschau bis zum nächsten Mal Und dann schauen wir uns weiter auf diesem Schiffswrack Bye 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 Bye